Knoblauch hat viele gesundheitliche Vorteile, die ihm eine wichtige Rolle in der Ernährung und Medizin geben. Hier sind 20 Vorteile von Knoblauch. Knoblauch kann das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken, indem es den Cholesterin- und Blutdruckspiegel reguliert. Knoblauch kann die Blutzuckerwerte regulieren und das Risiko von Diabetes senken. Knoblauch enthält Antioxidantien, die den Körper vor freien Radikalen und oxidativem Stress schützen. Knoblauch kann die Verdauung fördern und Verdauungsbeschwerden lindern. Knoblauch enthält Schwefelverbindungen, die Entzündungen im Körper reduzieren und somit chronischen Erkrankungen wie Arthritis vorbeugen können. Knoblauch kann das Immunsystem stärken und Infektionen verhindern. Knoblauch kann das Risiko von Krebserkrankungen senken, indem es das Wachstum von Krebszellen hemmt. Knoblauch kann bei der Entgiftung des Körpers helfen, indem es Giftstoffe aus dem Körper entfernt. Knoblauch kann die Knochengesundheit fördern, indem es die Knochendichte erhöht und Osteoporose vorbeugt. Knoblauch kann das Risiko von Alzheimer und Demenz senken, indem es die Durchblutung des Gehirns verbessert und Entzündungen reduziert. Knoblauch kann bei der Behandlung von Hautproblemen wie Akne und Schuppenflechte helfen. Knoblauch kann Asthma-Symptome lindern und bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen helfen. Knoblauch kann bei der Vorbeugung von Bluthochdruck und Schlaganfällen helfen. Knoblauch kann bei der Behandlung von Haarausfall helfen und das Haarwachstum fördern. Knoblauch kann das sexuelle Verlangen erhöhen und als natürliches Aphrodisiakum wirken. Knoblauch kann bei der Behandlung von Erkältungen und Grippe helfen, indem es die Symptome lindert und die Dauer der Erkrankung verkürzt. Knoblauch kann bei der Behandlung von Kopfschmerzen und Migräne helfen. Knoblauch kann bei der Behandlung von Harnwegsinfektionen helfen und das Risiko von Nierensteinen reduzieren. Knoblauch kann bei der Vorbeugung von Magengeschwüren helfen, indem es die Bildung von Magensäure reduziert. Knoblauch kann die Leberfunktion verbessern und die Gesundheit der Leber fördern.